beim Erstellen Ihrer Beitragsbescheide und wie gibt sie die Beiträge aus? Ende des Monats Oktober 2019 wurden durch die Pflegekammer Beitragsrechnungen für 2019 und Zahlungserinnerungen für 2018 verschickt. Ebenfalls Ende des Monats meldet Sie die Pflegekammer auf Ihrer Homepage, alle Telefonleitungen derzeit belegt. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail. Der Rundblick berichtete in seiner Ausgabe vom 6. November 2019 unter der Unterüberschrift Neuer Ärger um die Pflegekammer. Aktuelle Beitragsrechnungen liegen vor und lösen scharfen Widerspruch aus, dass es mehrere Fälle gäbe, bei denen abgegebene Selbsteinschätzungen bei der Errechnung der Beitragshöhe nicht berücksichtigt worden seien. Im selben Artikel ging der Rundblick unter der Zwischenüberschrift Auch eine Lobbyveranstaltung der Kammer sorgt für Kritik auf den geplanten Winterempfang der Pflegekammer am 9. Dezember 2019 ein und führt hierzu unter anderem aus, dass das Papier, auf dem die Einladungen verschickt wurden, doppelt so teuer sei wie normales Papier. Frage 1. Wie viele Fälle, in denen abgegebene Selbsteinschätzungen für die Beitragshöhe nicht berüchtigt wurden, gibt es bisher? Frage 2. Wie viele Zahlungserinnerungen wurden bislang innerhalb insgesamt durch die Pflegekammer verschickt? Frage 3. Mit welchen Kosten rechnet die Pflegekammer für ihren Winterempfang? Bitte insgesamt und nach einzelnen Posten wie Einladung, Saalmiete usw. aufgeschlüsselt angeben. Und sind diese Kosten nach Ansicht der Landesregierung mit dem Sparsamkeitsgrundsatz vereinbar? Vielen Dank, Frau Kollegin Brunz. Für die Landesregierung antwortet Frau Sozialministerin Dr. Reimann, bitte.